Ja das ist mein Armbrot. Eigentlich wollte ich das mit dem Camcorder aufgenommen haben, aber der Camcorder steigt im Moment. Ich weiß nicht was los ist. Vielleicht ist die Batterie kaputt schon oder der Akku. Keine Ahnung. Jedenfalls ging der jetzt nicht. Jetzt muss ich umdisponieren. Jetzt habe ich den App-Man hier und wollte noch mein Armbrot zeigen. Also ich habe heute Rot-Bürbenkuh gemacht mit Kartoffeln und da kommt dann eine andere Resultatoren. Und zwar werde ich das dann hier so. Das ist schon mal eine zweite Portion. Weil ich hatte wieder so eine Hohle. Da habe ich nicht vergessen, jetzt hier videomäßig zu dokumentieren. Aber ich denke ihr werdet auch weiter nehmen, wenn ihr das mal nicht will. So. Dann machen wir das hier. Also das ist nur Blumenkohl, gedämpfter Blumenkohl. Und den dämpfe ich hier im Reiskocher. Wo habe ich jetzt den Teller? Da. So. Und dann habe ich hier eine Soße gemacht. Die Soße ist Die Soße ist also aus Soja Milch. Und da kommt eine Gebote da rein und ein Schuss Soja Soße. Ja, ich drehe die Hälfte daneben. Ich sehe auch nicht mehr so gut. Also von daher. Aber schauen wir mal. Es soll ja nicht gut aussehen, sondern gut schmecken. Und ich habe ja schon einen Teller gegessen. Der Zweck wird erfüllt. Okay, das war es von hier. Okay, das war es von hier. Und meine Großaufnahme. Okay, das war es von hier. 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 Okay, das war es von hier.